Wir sind hier im Casino des KIT Campus Nord. Wir sind dafür da, dass die Leute glücklich sind, wenn sie ihre Mittagspause machen oder wenn sie ihre Caterings bestellen. Man hat feste Arbeitszeiten und am Wochenende immer frei. Ich komme gerne hierher jeden Tag. Ich stehe gerne jeden Tag auf und komme gerne hierher. Man arbeitet von vornherein direkt mit, aber man wird nie ins kalte Wasser geworfen. Wir suchen Azubis, die lustig unterwegs sind, ein bisschen stressresistent und einfach Spaß haben. Ja, bei uns ist es einfach eine gute Stimmung. Langweilig ist hier nie. Es ist immer, immer irgendwas zu tun. Man muss für den Beruf geboren sein. Ein Stück weit Gastronomie. Sonst kannst du das nicht machen. Mich macht es glücklich, hier zu sein, denn ich habe meinen Platz, ich habe meine Aufgaben, die ich wirklich gerne erfülle. Ja, ich fühle mich einzigartig hier drin. Das Besondere am KIT ist, dass hier alles neu ist, das Ambiente ist toll, es ist schön hell, geräumig. Was will man mehr? Wenn du wahnsinnig genug bist, eine Ausbildung in der Gastronomie zu machen, dann komm zu uns. Wir überzeugen dich zusätzlich davon, dass es auch schön sein kann. Wir gucken. Untertitelung des ZDF, 2020